Hallo AFOBS, willkommen bei BricksGansFix. Ich bin der Marco und heute geht es um kleine Dinosaurier. Wir haben schon seit langer Zeit Dinosaurier bei uns im Shop, auch aus Diamondblocks, aber das hier ist die neueste Generation davon. Wir haben hier beispielsweise einen Ankylosaurus, einen Plesiosaurus, mag ich, denn blau ist meine Lieblingsfarbe, und hier ein Stegodon, das habe ich aufgebaut. Diese Baby Dinos im Ei haben wir euch schon vorgestellt, sind keine Diamondblocks, sind normale Steine, aber auch kleine süße Dinos mit Wackelköpfen. Da ist so ein Federelement drin, die Köpfe wackeln so hin und her, habe ich euch mit Stefan zusammen gezeigt. Und jetzt schauen wir uns ihn hier nochmal genauer an. Kleiner Dino, große Anleitung, ist ein Faltblatt, und ihr seht, Reihe für Reihe wird von unten nach oben gebaut. Wenn man das Modell mit früheren Diamondblocks-Sets vergleicht, fällt auf, dass wir hier lauter Slopes haben, lauter schräge Teile. So was gab es früher nicht, früher hat man hier überall Noppen gesehen. Wir haben hier unterschiedliche Winkel von ganz flach bis ganz steil, wir haben Teile mit Noppen hinten dran, wir haben verschiedene negative Slopes, steiler und weniger steil. Das ist für mich eine echte Neuerung bei Diamondblocks, finde ich toll. Und diese komplette Serie hier kostet pro Set 14,95 Euro. Er hier kostet 16,95 Euro, hat mehr Teile. Und hier seht ihr auch, das ist noch die ältere Generation mit den Noppen ohne Slopes. Diese kleinen Forange-Dinosaurier-Babys im Ei aus normalen Steinen kosten pro Set 9,95 Euro. Immer ungefähr 300 Teile. Und das war es für heute bei Bricks ganz fix. Noppensteine kann man nie genug haben, denn nächstes gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen.